Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Danke sehr, herzlich willkommen. Wer neu ist, gerne ein Abo dalassen, ist natürlich kostenfrei. Dementsprechend, wir legen direkt los. Und ich habe es in einem der letzten Videos ja bereits angekündigt, dass wir uns mal angucken werden, weil ich von einem Abonnenten, ganz liebe Grüße, herzlichen Dank dafür, zahlreiche Bilder zugeschickt bekommen habe von reduzierten Lebensmitteln im Supermarkt. Und das müssen wir uns deswegen genau angucken. Warum sind die reduziert? Weil viele kurz vorm Ablaufdatum sind und die so teuer normalerweise sind, dass sie sich keiner mehr leisten kann. So hatte nämlich ein Abonnent hier auch im Oni-Reddit-Kanal drüben einen Kommentar dazu abgegeben, Zitat, schon mal beim Einkaufen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geachtet, im letzten Einkauf sieben von zehn Artikeln abgelaufen. Was sagt uns das? Die Lebensmittel sind so teuer geworden, dass sie sich der kleine Mann nicht mehr leisten kann, sodass sie in den Regalen liegen bleiben. Und das im besten Deutschland, das wir je hatten. Also rein in die Bilder. Wir gucken mal, wie die Preise aussehen und ihr könnt zu den Preisen dann auch mal eure Wahrnehmung reinschreiben und wie Preise bei euch aussehen. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Ihr seht das. Hier hat man das Gefühl, das ist so ein Grabbeltisch. Ich glaube, es ist Lidl der Schriftart nach zu urteilen, würde ich behaupten. Und von den Bildern, die ich hier zugesehen bekommen habe. Also wir sehen ja verschiedene Sachen hier. Alma, Latina, was auch immer das ist, irgendwas. Dann haben wir hier Käseaufschnitt dazwischen. Dann haben wir andere Sachen. Und das Ganze wird alles hier verkauft unter dem Motto, ich bin noch gut. Also von daher wohl noch nicht abgelaufen oder ähnliches. Und ich bin ja ein klarer Verfechter davon. Sachen, die auch abgelaufen sind. Erst mal mit der Nase riechen, mal überlegen und mal darüber nachdenken, ist es wirklich schlecht oder ist es einfach nur ein Datum? Und das stimmt gar nicht im Endeffekt. Also da sollte man wirklich ganz klar aufpassen, wie ich finde. Ansonsten hier sogar Butter. Zwei verschiedene, die hier rumliegen. Noch so eine Alpro. Ist das Milch? Ich glaube, ja. Wir gucken mal weiter, weil jetzt haben wir hier das erste Produkt. Und da gehen wir direkt mal auf den Preis ein. Wir sehen hier leider jetzt nicht Haltbarkeitsdatum. Aber das Teil ist, sage und schreibe, 50% reduziert. Das ist Lachsseite, Barbecue. Also gerade für die Grillzeit optimal. 600 Gramm kostet jetzt anstatt 12 Euro, kostet das 6 Euro. Und der Normalpreis hier pro Kilo sind, sage und schreibe, 20 Euro. Also im besten deutschlander Zeiten können sich halt nur die Besten in Deutschland so etwas leisten. Ja, ja. Dann gibt es hier einen Wildtisch mit. Ist das Brokkoli? Ich glaube, es ist Brokkoli. Und da kostet der jetzt 50% billiger. Normal Kilo 3,10 Euro. Und aktuell im Kilo 1,55. Ja, neuer Preis liegt hier bei 77 Cent. Könnt ihr mal reinschreiben, wie das vom Preis her ist. Heidelbeeren hier reduziert auch alles. Es ist wirklich alles reduziert um 50%. Das brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit sagen. Aber überlegt das mal. Ein Kilo Heidelbeeren. 14,32 Euro. Ist das normal? Oder sind wir hier bei einer Inflation von, was weiß ich, wie viel 100% angekommen? Da kann ich leider nicht sehen, was drin ist. Scheint das ein Brot zu sein? Zuckermais. Hier steht es ja auch. Zuckermais. Auch ordentlicher Preis. Hier 99 Cent. Leute, muss man sich halt leisten können. Irgendwas machen wir grundlegend falsch. Hier auch Kopfsalat. Also überhaupt gesunde Lebensmittel, habe ich das Gefühl, sind in den Preisen so exorbitant in den letzten Monaten gestiegen. Das funktioniert nicht mehr. Blattsalat haben wir hier. Auch Kilo 10,32 Euro. Und dann hier 50% wieder reduziert. Aktuell 64 Cent. Ich glaube, das geht ja sogar noch. Jetzt kommen wir in die Fleischregion. Das ist ein Rumsteak. Deutsches Rumsteak QS. Wofür auch immer QS steht. 25 Kilogramm normal. Haben Sie hier satte Scheibe 50% reduziert. Und dieses Teil mit, wie viel Gramm hat es denn? Das kann man hier leider nicht sehen. 3 Euro anstelle von 6 Euro. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. So ein Burger Patty. Hamburger Ferse. Nennst du das? Ferse? Okay. 13,21 Euro. Für so ein bisschen Hack. Haltbar 27.06. Und ich habe die Bilder auch am 27.06. glaube ich von ihm geschickt gekriegt. Wenn ich es richtig im Datum, im Kopf habe. Und wenn man davon ausgeht, dass ein, zwei Tage vorher gemacht wurde, das Foto. Das ist schon krass. Das Bild ist doppelt. Das brauchen wir nicht nochmal. Hier. Da haben wir auch wieder irgendwas von der Kuh. Da sind wir bei 50%. Gulasch. Haben wir hier 3,49 Euro. Für so ein bisschen Fleisch. Leider können wir jetzt nicht hier Datum genauso wie Grammangabe sehen. Dann haben wir hier so ein bio frisches ganzes Hähnchen. 8,43 Euro. 8,43 Euro. What? Das ist heftig. Falsche Richtung. Plus. Das ist heftig. Das hat normalerweise 16 Euro. Das hat normalerweise 16 Euro. liegt hier normal bei 6 Euro. Das ist doch klar, dass das alles liegen bleibt. Hier, 26.6. auch wieder ganz kurz vor Verwaltsdatum, dass es dann versucht wird, mit 50% rauszuhauen. Und das ist doch wirklich nur nachvollziehbar, wie der Abonnent vorhin am Anfang des Videos mit der Einblendung, die ich gemacht hatte, ja schon geschrieben hatte. Wer soll sich das denn noch leisten können? Es ist doch logisch, dass es liegen bleibt, weil es sich nämlich keiner mehr leisten kann. Also es ist wirklich erschreckend. 27.6. Das ist wirklich alles hier ganz kurz vor Verwaltsdatum. So scheint es mir. Und dann auch 3,49 Euro immer noch mit 50%. Da muss man sich mal reinziehen. 50% hört sich ja richtig viel an. Was haben wir hier? Törtchen in Mischk... Das sagt mir nichts. Kenne ich nicht. 7,18 Euro pro Kilogramm normal. Also reduzierter Preis. Normal 14 Euro irgendwas. Als nächstes Oliven. 1,29 Euro. Also ihr müsst auf jeden Fall mal einen oder anderen Preis gerne in die Kommentare reinschreiben, weil ich da nicht so viele kenne. Das weiß ich. Das kenne ich nämlich. Das ist vegetarisches Essen. Also auf irgendeiner Basis, wo das immer dann erstellt und gemacht wird. Veganer Hack auf Erbsenbasis ist das nämlich. Genau. Habe ich noch nicht probiert. Ich habe es allerdings schon zu Hause liegen. Folgt mir ja gerne bei Insta. Da werde ich das Ganze mal testen. 28 Euro das Kilo. Ja, Prostmahlzeit. Okay. Die Packung hat jetzt hier 1,99 Euro gekostet. Dann haben wir hier irgendetwas Reismäßiges. 2,99 Euro. Jetzt 1,49 Euro. Irgend so ein Dip. 1,14 Euro. Normal 2,29 Euro. Hier auch. Hier ebenfalls. Das heißt also ordentliche Preise, die trotz 50 Prozent, das finde ich so krass, immer noch hier aufgerufen würden. Wieder so ein Dip. Ich glaube, der war gerade auch schon mal. Dann haben wir hier ein Brotaufstrich. 150 Gramm, 49 Cent. Dann auch noch mal zu sehen, wie dieses Regal aussieht. Das ist halt wirklich, wie am Anfang hier auch zu sehen. Diesen hatten wir ja schon gesehen. Wühltisch-Manier könnte man dazu ganz böse sagen, wie ich finde. Was haben wir hier dann noch? Verschiedene Sachen. Okay. Hier haben wir noch was. Auch noch mal hier. Nee, Reis ist es nicht. Hier Kartoffelnschein dabei zu sein. Ja, und ansonsten hat er mir ja auch noch Bilder geschickt. Und das finde ich, das kann ich nicht verstehen. Vielleicht kann der André mal was in die Kommentare dazu schreiben. Warum ist Letta so günstig hier mit 1,19 Euro und auch nicht ausverkauft? Das finde ich wiederum Krass oder Margarine. Die Letta scheint es nicht zu sein, aber generell die Margarine ist mit 1,19 Euro hier halt wirklich sehr, sehr günstig. Vielleicht ist das Bild auch einfach schon was älter und er wollte es als Vergleich dabei legen. Das kann ich nicht sagen. Da muss er was in den Kommentaren zu schreiben. Und ansonsten hier Weizenmehl ausverkauft. Hier sehen wir auch noch, dass irgendwas ausverkauft ist. Was ist das? Eier, die ausverkauft sind. Zumindest hier in dem Fach. Hier unten nicht. Man kann leider den Preis hier nicht sehen. Und dann haben wir noch zwei Reduzierungen. Irgend so ein, was ist das? So das Stream. Add-on. Also irgendwas zum Mixen. 2,99 nochmal. Jetzt 1,50. Was haben wir weiterhin noch? Nochmal 50% reduziert. Bamboo. Garden Cock. Was auch immer das ist. 89 Cent jetzt. Und last but not least. Weiß nicht. Irgendein Aufstrich. Irgendwie wird ein Dip oder sonst was reduziert auf 59 Cent. Also wir sehen, Freunde. Die Preise sind massiv hoch, wie ich persönlich finde. Man versucht, wir haben ja jetzt auch zahlreich hier bei dem hier auch nochmal, 28. 6. Ablaufdatum. Kurz vorm Ablaufdatum versucht man die Sachen noch raus zu verkaufen. Weil ich glaube, es ist doch in Deutschland auch so, dass ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum, sobald das erreicht wird, dürfen die Geschäfte die Sachen gar nicht mehr verkaufen. Habe ich das richtig im Kopf? Ich meine, es ist so. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr darüber mehr wisst. Also wir sehen einfach, dass die Preise wirklich exorbitant hoch sind. Schreibt eure Wahrnehmung gerne dazu unten rein. Trotz 50% Rabatt sind sie weiterhin hoch. Es wird gemacht offensichtlich, um über das Verfallsdatum nicht rauszukommen. Man versucht also dadurch, den Verkaufsanreiz deutlich zu erhöhen bei den Firmen, weil sie merken, zu diesen Normalpreisen bekommen wir die Sachen einfach nicht mehr weg. Und das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung. Und besonders bei diesen Preisen, die wir jetzt hier gesehen haben, das war ja nur ein Teilauszug, weil, wenn ihr auch andere Bilder habt, schickt sie mir gerne mal zu, per Telegram, per E-Mail. Gerade Butter, Margarine und alles, deswegen kann ich das mit der Letter gerade nicht verstehen, oder Margarine stand da, welche so günstig sein soll. Die kosten mittlerweile 3-4 Euro bei uns in der Ecke. Also das ist wirklich ganz, ganz heftig. Schreibt eure Wahrnehmung dazu, zu den Preisen und so weiter gerne mal rein, weil die Inflation, 7,6% jetzt, das haut nicht hin, meiner Meinung nach. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen für kritischen Content, Daumen hoch fürs Video, bis zum nächsten und ciao.